Auch der Vorsitzende des Haberbuck-Freundeskreises hier in Verworte zu Ihnen sprechen wird. Ich will auch gar nicht viel vorher zu sagen, nur dass der Haberbuck natürlich eine Institution ist für das Kulturenmuseum und dieses Jahr 25 Jahre alt wird. Und daher macht das wirklich Sinn. So, ich möchte jetzt nach vorne dicken, Hedda Schatternick und Roman Schätzle.